Hallo zusammen, heute starten wir wieder die traditionelle Weihnachtsspendenkampagne für den Deutschen Hanfverband. Wir zählen alle neuen Fördermitglieder und Einzelspenden ab 1.12. bis zum 15. Januar zusammen und das Ergebnis seht ihr aktuell immer auf hanfverband.de im Spendenbarometer. Beim letzten Mal haben 3000 Leute mitgemacht. Diesmal wollen wir mit den Spenden schwerpunktmäßig ungerechte Regelungen im neuen Cannabis-Gesetz vor Gericht anfechten. Mit eurer Hilfe haben wir schon viel erreicht. Es hat quälen lange gedauert, aber jetzt ist es soweit. Noch im Dezember soll das neue Cannabis-Gesetz im Bundestag verabschiedet werden. Das Ergebnis kann niemanden begeistern. Die ursprünglich angekündigte Legalisierung von Cannabis mit Fachgeschäften für Erwachsene in ganz Deutschland wird es vorerst nicht geben. Und das übrig gebliebene Gesetz ist viel zu repressiv und teilweise einfach realitätsfremd. Aber schon die legale Besitzmenge ist ein Riesenschritt nach vorn. In wenigen Monaten werden Cannabis-Konsumenten in Deutschland mit bis zu 25 Gramm Cannabis in der Öffentlichkeit vollkommen legal unterwegs sein. Cannabis normal. Veränderung ist möglich. Auch mit diesem mittelprächtigen Cannabis-Gesetz setzt sich Deutschland schon an die Spitze der Cannabis-Reform-Bewegung in Europa. Es gibt weltweit nicht viele Länder, die ein ähnlich liberales Cannabis-Gesetz haben wie Deutschland. Dass es so weit gekommen ist, hat auch mit der jahrelangen Arbeit hier beim DHV zu tun. Auch die Verbesserungen, die in letzter Minute noch ins Cannabis-Gesetz jetzt rein verhandelt worden sind, standen auf unserer Forderungsliste. Zum Beispiel, dass man aus Eigenanbau zu Hause jetzt 250 Gramm frisch geerntetes Cannabis besitzen darf. Vorher standen im Gesetz nur 25 Gramm. Die Widerstände sind aber noch groß. Von Verbänden wie der Bundesärztekammer, von Medien, aber auch in den Parteien und in den Ministerien. Wir werden weiterhin gegen diese Widerstände kämpfen. Bis es Cannabis-Fachgeschäfte für Erwachsene gibt. Bis es eine gerechte Führerscheinregelung gibt. Bis es brauchbare Regeln für den Eigenanbau und für den Konsum gibt. Bis die Anbauclubs vernünftig arbeiten können. Bis es keine ungerechte Unterscheidung zwischen Cannabis- und Alkoholkonsumenten mehr gibt. All das werden wir auch ohne Spendenkampagne tun, finanziert von den regelmäßigen Förderbeiträgen unserer Mitglieder. Zusätzlich sollen uns die Spenden die Möglichkeit geben, Gerichtsverfahren zu finanzieren. Es gibt Regelungen im Cannabis-Gesetz, die sind möglicherweise verfassungsfähig. Zum Beispiel das Abstandsgebot für den Konsum. Das ist nicht einhaltbar und es verstößt damit gegen das Bestimmtheitsgebot des Grundgesetzes. An einigen Stellen ist das Gesetz unklar. Dann würde es eine Klärung der Fragen vor Gericht geben müssen. Also bitte unterstützt unsere Arbeit auch dieses Jahr wieder. Der Kampf ist noch nicht vorbei. Es gibt auch wieder tolle Preise, die wir unter den Spendern und neuen Fördermitgliedern verlosen werden. Welche das sind, seht ihr auf handverband.de und in einem Extra-Video, in dem wir euch die Preise noch vorstellen werden. Aber das ist nur ein kleiner Anreiz, denn eine Spende an den DAV ist weiterhin sinnvoll und notwendig.